Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast interne Revisionen souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Onkel Dagobert fälscht Formulare. Wie schon in einem anderen Podcast erwähnt, habe ich nach einigen Jahrzehnten wieder mal ein LTB, ein lustiges Taschenbuch von Walt Disney gelesen und ich habe festgestellt, dass diese Geschichten von Onkel Dagobert, Onkel Donald, Tick, Trick und Trak und den ganzen anderen nun, naja, von mir etwas anders wahrgenommen werden als früher. Und wieder mal war es Onkel Dagobert, dessen Agieren mich zu diesem Podcast inspiriert hat. Für alle, die die Sache nachlesen wollen, Sie finden die Geschichte Onkel Dagobert auf Abwägen im LTB Nummer 116 ab Seite 72. Und die Geschichte läuft wie folgt. Onkel Dagobert trifft mal wieder auf seinen Rivalen Klaas Clever. Letzterer hat in Onkel Dagoberts Geschäft Unmengen von Stacheldraht gekauft, um sein Grundstück und insbesondere seinen Schreibtisch abzuzäunen. Onkel Dagobert will natürlich wissen, weshalb und stellt Nachforschungen an. Er findet heraus, dass Klaas Clevers eingezäuntes Grundstück ausgerechnet von den Panzerknackern bewacht wird. Und diese sagen ihm auf Nachfrage, dass nur Panzerknacker das Grundstück betreten dürfen. Also hat Onkel Dagobert die Idee, mit dem Oberboss der Panzerknacker zu sprechen, der sicher wisse, worum es sich handelt und was Klaas Clever da so genau schützen will. Da nun aber der Oberboss der Panzerknacker gerade einsitzt, benötigt Onkel Dagobert einen Erlaubnisschein, um ihn im Gefängnis zu sprechen. Aber wie wir Onkel Dagobert kennen, ist das für ihn überhaupt kein Problem. Er greift sich eine Schreibmaschine und fälscht einen Erlaubnisschein. Damit fährt er zum Gefängnis und legt seine Fälschung vor. Es entwickelt sich folgender Dialog. So einen komischen Erlaubnisschein habe ich ja noch nie gesehen. Das ist doch ein brandneues Formular. Noch nie was von Gefängnisreform gehört? Doch, seit fünf Jahren ist davon die Rede. Und heute tritt sie nun endlich in Kraft. Ey, ein echtes Wunder, wenn auch mit fünfjähriger Verspätung. Kurzum, Onkel Dagobert wird von dem Wächter vorgelassen und darf mit dem Oberboss der Panzerknacker sprechen. Warum habe ich jetzt diese Geschichte ausgewählt? Nun ja, ich finde, dass sie wieder einige Aspekte zeigt, wie Fraud gelingen kann. Onkel Dagobert bezieht sich auf eine lange diskutierte und wohl anstehende Gefängnisreform, die allseits bekannt ist. Er erklärt das gefälschte Formular als brandneu und er nutzt psychologisch die Tatsache, dass der Wachmann sich nicht blamieren will. Denn das müsste er, wenn er erklären würde, dass er das brandneue Formular nicht kennt. Und zwar müsste er schlimmstenfalls sogar bei seinem Vorgesetzten nachfragen, ob dieses Formular tatsächlich existiert. Und das könnte für ihn peinlich werden, sich vor dem Chef oder den Kollegen zu offenbaren, nicht davon zu wissen. Als interne Revision sollten Sie also immer auch im Blick haben oder prüfen, wie neuer oder veränderte Anweisungen und Formulare kommuniziert werden. Ist es im Intranet oder folgt es über die Führungskräfte? Gibt es ein spezielles Anweisungswesen? Wie übersichtlich ist das überhaupt gestaltet? Kann man darin was finden? Wie ist das Anweisungswesen strukturiert? Wie konsistent ist das Anweisungswesen, also enthält es Widersprüche oder nicht? Und ich persönlich muss sagen, ich wünsche mir ja eine tolle Suchfunktion. Ich bin ja auch von Google und Konsorten super verwöhnt. Und meiner Erfahrung nach kommen die meisten internen Suchfunktionen damit nicht annähernd mit. Betrachten Sie auch die psychologische Sicherheit, also die Hemmschwelle und möglichen Konsequenzen für jemanden nachzufragen, sich zu offenbaren, dass er etwas nicht weiß. Und die Frage ist natürlich auch, ob in Ihrer Organisation solche Fragen überhaupt ungestraft gestellt werden dürfen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim drüber nachdenken und freue mich auf Ihre weiteren Ideen und Kommentare zu diesem Podcast. Wie Sie wissen, können Sie mir die entweder in die Kommentarfunktion auf der Webpage hier schreiben oder Sie gehen in Dixing oder LinkedIn-Gruppe, interne Revision, souverän, kollegial und wirksam und ergänzen dort Ihre Kommentare bei diesem Podcast. Und das war es dann heute mit dem Thema Onkel Dagobert fälscht Formulare. Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, das Sie in dem Podcast gern hätten, schreiben Sie mir gerne per Mail an info-at-puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Ihre Fragen, Themen und Rückmeldungen. Und vielen, vielen Dank auch nochmal für Ihre tollen Rückmeldungen. Da freue ich mich immer wieder drüber. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.